Noch ein Star jetzt bei uns in der Starparade. Einer, der in Amerika zu den großen Szenen gehört und der gerade dabei ist, auch deutsche und europäische Konzertsäle zu erobern. Er ist in Paris aufgetreten, vor einer Woche im Olympia. Vorgestern war er in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, jedes Mal mit großem Erfolg. Ein Mann, der viele berühmte Melodien geschrieben hat und der sich vor fünf Jahren entschloss, selbst die Bretter zu betreten, die so die Welt bedeuten und den Ruhm im Showbusiness. Wir freuen uns zum ersten Mal in einer deutschen Fernsehshow live aus Amerika, Barry Manilow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020